frischer wind ja früh standard sound den brauchen wir jetzt so opa geht jetzt mal duschen baden alles wenn ich mir so stinkt während seines verwesungsprozesses der gute alte mann halt warte 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 kurz in die küche i forgot one thing ich glaube gar keine versammeln was sind die kräuter 30 auf brauchen wir nicht das beste für den spaziergang der natur du findest zeilen ok an kuscheln machen wir auch nicht mal kuscheln zu viel zeit okay nass wir haben noch ein paar jahre vor uns bis die rente ruft also meine kleinen milch tütenstreuer rein mit euch das sieht gut aus das sieht es auch gut aus ist auch alles ok es wächst es wächst es wächst es wächst es wächst auch perfekt so was macht die milchproduktionsmaschinen aber kostet umfeld jemand sie ist bei dir aus und jetzt sie klein scheint mir knubbel die noch kurz durch die kann man schon ja keine verdient unten noch das ist jose und du natürlich ach so ist lohnscharf jaja ich werde überlegen ob es nicht das falsche schafer sie verkauft hatte aber alles richtig so irgendwer vor der rückstände defizite all die fresse aber ist krass das verkauft doch jeden zweiten frühling dann ziehen hätte ich jetzt mal behauptet eine loge raus dürfte das und jeden zweiten frühling sein das heißt nächstes jahr ist die letzte zeit wo wir noch ziegen kaufen können für dich ist ein bisschen krass wir können auch wieder dünger auf kante produzieren ja okay ich setze ich mal ab mit trainieren und zwar spring heute 1 2 3 4 5 6 7 9 und die 10 perfekt wird und morgen kommt ein anderes programm dran weil ich sie vergesse meinem alter was wollte ich gerade ach so ja 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 ist schon vorher noch in den ausgrabungen haben wir da alles haben ja da fehlen uns jetzt noch ein paar das heißt wir haben gründer in die mini zu gehen drei stück noch vier uns fehlt noch und fossil kristals und ein gott und gegenstand habe ich glaube direkt interessant fischer mal der werkzeuge mal alle rezepte fangen anbaut pflanzen fangen wir fünfmal an dem produkt ist alle da ich logische funde schallplatten ach du scheiße will ja noch viele einrichtungen mini spiele fehlen noch zwei ich habe keine ahnung welche ich kann mal nachschauen bewohner tiere wird eventuell produziert wird eventuell produzieren das sind die ducktales wuhu ne ah wie bei den taggarten entspann ich doch ne beine hab schon getan danke ich traue dem teddy nicht ich nehme eine stunde jetzt auch für euch und dann check ich mal ab was mc teddo ich muss kurz die einmal hochkommen hier drin was war aber wenn der strom so kütchig jetzt muss ich hier ein bisschen hochheizen was der für uns bereithält der kleine puschelbär ja wieder noch mal aufgestanden sehr schön jodele wine ist erst in zwei tagen das ist vorbei checken bei den chicks aber das läuft ja kam so wie erwartet perfekt hier produziert man schön weiter die sammeln gestern machen 130 stück davon scheiß drauf so reintunken abfeuern da wachsen melonis ja da fehlt ein ich weiß selbst gesehen wir können aber wieder dünger vor produzieren weil das haben wir nicht mehr aber das heißt opa muss halt arbeiten oh shit was geht denn hier ab check mal nicht warum die so viel fressen fressen die ganze schlafen den ganzen tag und essen dann einmal was oder wie ist das ja wenn ich daran nicht mal ein verpiss ich einfach müssen ja arbeiten echt rein mit so rein mit perfekt scheint es gut zu gehen perfekt dann pumpen erstmal hier alles ab da schläft wer hat es sich aufgefüllt hier in der nähe hey josie josie hallo aufwachen josie so schnell abpumpen perfekt dann sind wir alle kurz an damit ihr glücklich seid ich weiß nicht ob das ein zufall war dass man die kühl wirklich so mit dem anschneiden triggern kann dass sie aufwachen was für die tiere gut absichern ob sie und mit mir auch gleich raus so dass man da raus ob kusch kusch bewegt euch mal früher hätte so was nicht gegeben und die würde da weg aus geknuspert man kann nicht sein echt meine güte du so ich würde mir echt wünschen wir könnten dünge fertiger knallen ich werde jetzt noch nichts ausstreuen es kann wachsen ist okay ist nur dass man die maschinen wieder befüllen können von direkt von rechts von uns verbrauch ja so viel im großen feld muss aber die fette wasserquelle sein wenn da eine ganze zeit wasser oder eine wasserquelle selbst die ganze zeit material rauskommt mal gucken wie viel wir diesmal haben ihr könnt bestimmt zu viel produzieren das ganze metafol gekotzt wäre dünger für immer wir haben yes many so irgendwie mal da unten vorbei da brauchen wenigsten er ist voll neun stück nur okay ja gut okay ja gut wir haben einiges ich habe immer ein bisschen was auf keine menschen was brauchen dann kann ich hören wie mitnehmen und eigentlich die ausgabungsstelle gehen und ausbuddeln wir haben noch einiges vor dass wir noch für gegenstände dass wir das voll haben habe ich hier bock drauf für die ganze her zu kommen und äh kreuzungen zu machen will ich nicht ach wir müssen ein bisschen zähne warten naja geil von mir aus gehen wir angeln in der zeit paar fischis reinholen gehalten ja erstmal wieder seine candy gamma aufgeladen da oben schwebt sie das Bildschirm ist dreckig muss ich putzen gut ansonsten was macht die heute noch so als angel altro google 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 ful en darf doch niemals alleine und traurig sein das kann man nicht lesen alles haben wir ausgeburt die stelle fällt mir das auf ich sollte mir bei manchen spielen vielleicht auch mal angewöhnen die umgebung besser zu beobachten feuer ist eigentlich nur ein fisch aber holen wir mal raus und kristalle fehlen einige altes fossil ja ist aber nichts neues ich will mal ein dino knochen oder so rot war was war rot normal ach so eine statue ok stimmt doch eine könnte eine statue sein ein bisschen was wir noch machen bis zur rente hin noch eine münzen haben wir ja alle meiner auffassung nach was rauskommt aber auch die flecken rechts unten bin ich jetzt gerade irritiert etwas braunes sondern für sie ein altes fossil haben ja aber wieder eine statue oh man fummelt doch nicht mit dem auf jetzt außerdem ach so dann sehe ich auch was rauskommt wäre schön dankeschön aber auch wieder ein ring ein ring sie alle zu knechten das meinte ich aber doch so standard fisch fossil sein oder ja schon auch für schuss hier ok raum als nächstes mal nicht machen weil wir kamen da jetzt nicht alles um sondern nur das was wir sehen und aber separat abbuddeln tun man hat damals fischfuss hier die verpiss dich in kristalle mich aber mit gibt geld so ja jetzt tag mit an ja ja hier guck genauso weiß wieder nach vorbei ist ja ich weiß wenn ich nach hause komme erhält mir meine mutter meine predigt nicht mehr verkauft ich würde gern vorbeigehen wir gehen mal da hoch gary nova stehen heute daily dose of feldfrüchte mein freund ja ein papa was im hof oder genau und es sind für uns aber gedacht stimmt ja und es auch und es ist ja nicht mehr als ob es hier auf der farm schimpanse recht hätte ich so sicher die exe die man verband hat ist anders außer dieses wildkraut da minskraut gibt es auch nicht da mokufuku ist der winder haben wir noch zeit zu weg zu also in love mit ihr zu gehen bei mehr schaltplatten von ihr aus so ja 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 schild mal ihren herpes gut wie sieht es bei euch aus meine hühner fraktion aha werden hier nicht gelegt wer liefert hier nicht ab das problematisieren wer bist du los die weg jetzt sonst noch mal die hilde aja hat doch das huhn los so viel das ein körper schon fast belästigung alles tun du guck das ein sehr schön ja ich hoffe da reicht es aus wenn man drei slots frei haben sollte vor sich immer nun verkaufen ich glaube es machen ja ich habe schon nachgekauft nur ich dachte es ist noch mal takakura machen abflug doch noch ein eingelegt ja es ist die zahl so aus okay wir haben ein multi rein ist mein hahn ja da kann vibriert hat eine störung gehabt so perfekt duft raus wo ich muss ein heißes los mein freck hier drin stufe 1 nix wird wie flammer sechs fünf gott das sache ein das kann rein und den rest behalten mal nicht als kein rest mit der sekunde bitte das immer wieder stehen geblieben war mal das haben wir das haben wir das haben wir einlagen müssen wir ja käme abstellen aufheben abstellen perfekt der davis sieht es wieder technisch aus okay das ist die vorprogramm wunderbar wieder was dazu gelernt diese videos bako bako menschen ist natürlich auch weil wie alt mama geworden ist wo hause ich weiß ich mich jetzt ja okay und das ist eine daily dose feldfrüchte tomaten meinbungen da was wir gesagt haben hey mowgli ich bin ich im hof oder genau also merke nicht sich nächste schwarze tomaten und ein paar rein das könnte man generell brauchen das ist irrelevant erdbeeren würden auch ein paar gehen melonen wassermelonen steckrüben einige interessant äpfel haben wir das special dinge oder orange weiß gar nicht ob die auch angepflanzt haben da mal einiges wenn er mit ganz viel spitzpilzen sortieren wie sieht es mit unserem laufstatus ja allgemein aus takakura geht so mag uns da läuft sie aufgaben hat gar nicht gecheckt heute schau mal käse beliebig krank es großer königsmaß ok so eine aussage unabhängig taku was geht ich will das ja auch so richtig grauen aber deutlich älter als wir so königsmaßu mal subi la subi lami weil es eine seite doch das geht ran ja ein mit den s platz geht dann nicht so eine kronos königsmaßu ist das war ein kuchlein regenbogenforelle da kann sie nachschieben ein großer warte mal also warte mal königsmaßu war das fisch ach joo der helle war das alilein königsmaßu da haben wir ihn haben wir gar nicht so viele boah die erläuft so 50 mal zu schreiber die größe war egal einen großen will der auch noch der drecksack ach so ein scheiß wo haben wir die geangelt zoglopädie fische seltener fisch der fluss aufwärts lebt ist so groß wie eine milchkanne ah super haben wir noch was vor komm mit fluss aufwärts kann man von da oben aus angeln geht ja auch hönigsmaßu war super yo formelabteilung da drüben was los was geht ich weiß, dass dies im vierten geht das ist auch das ist ja gleich so gegengesang oh wow eine textur greift so sehen die halt so aus einfach so naja interessant könig königsmaßu sein mazupi lami 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 dann kommt die video sehr tippe ich weiß, dass der strompreis mal günstig ist er ist euch schon recht günstiger aber machen sie noch günstiger ich möchte einen großen nur mal bitte das sieht gut aus auch ein großer Huchmann verpisst ich mit als jedem mal wieder aus angeln wird nie auch in dem spiel das ist ein ein ewiger flug den es immer verfolgen wird na hopp ne flügt auf ne großer maßu ich war ein königsmaßu der silber Kaiser maßu wäre wahrscheinlich kein solcher so weiß und göttlich aber nun ja können sie jetzt nun bitte anbeißen mit da vielleicht großer königsmaßu beim xxl wäre halt dann übel hallo der braucht wieder so ewig eigentlich ein gutes Zeichen wenn die so lange brauchen irgendein besonderer Fisch der nicht Standard ist und könnte nötig groß sein theoretisch tja so wären wir wieder jung wenn die Falten nicht wären ok ach komm einer geht noch einer geht noch einer geht noch ein einer geht noch der Fisch ist beißt an ach Fischlein 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 schenkt nichts ab die meditiert davon um es zu verstehen so ähm äh ähm äh äh oh man ja heute noch wenn es geht hab noch was vor die wir heute noch besaufen hallo danke sehr liebevoll der Fisch ist ist ein Huch 100 pro sag ich es nicht ein Huchchen sogar er wir gehen morgen noch mal angeln probieren es von der anderen Seite wir dürfen eigentlich nichts ausmachen aber naja who knows who knows who knows soo Milcherzeuger Fraktion können sie mal aufwachen bitte aha aha haben wir jetzt alle haben wir jetzt alle hat der Bull ist ja doch gebumst heute ist das ist es auch was es sehr die das die 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 rechsviecher durchgeschwängert ein tag erwachsen gleich rufstieg auf die alte oh man oh man reflex früher nach ich würde hier aber tomatoes pflanzen das in einem zeug ach so wechseln wir guten boden schrott boden ok dann doch schon warten die chicken wings auch drin das sieht gut aus was wir gucken ob die fütter haben habt ihr futter ja sieht gut aus ich habe noch bei den produktionsstädte vorbei so warte 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 so offen in zwei tagen des wende da gibt es wieder politik oder milch und käse und sich ja vorher nicht was hat eigentlich unsere sohn vor dann besitze ich jetzt wohl ein kuscheltier und der heute erst ausgabe gut sehr gerne dann eigentlich für zuschauen mit dabei sein like teilen kommentieren aber nicht vergessen es war mir eine ehre um die gespielt haben zu durften und bis zum nächsten mal was dort sie sind so wundervoll live auf wiedersehen tschüss gen pound kann zu bis zum nächsten mal in natürlich bis zum nächsten mal ich hier Untertitelung des ZDF, 2020